Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder bei uns in der Burg. Wenn es euch gefällt, lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da und dann viel Spaß. Okay, wechsel ich ja noch. Achso. Willst du mal überhaupt anwenden? Mann, ich brauch noch so viel schwarze Farbe. Wieso ist da eigentlich eine Fackel? Wo ist eine Fackel? Hast du eigentlich... Beim Thronrecht. So eine einzelne Fackel. Guck mal das Muster an, was ich oben mal schnell ausgedacht habe. Ja, das ist cool. So, dann haben wir eigentlich einen coolen Thron. Finde ich auf jeden Fall. Ich muss aber bloß noch die Tische hier hin machen. Oder vielleicht die Dings noch fertig. Guck mal, ich hab hier an... die Läden. Markiert hier. Schön mit Strichen. Aber irgendwie in der Mitte ist es noch dunkel. Wir müssen eigentlich erstmal die Decke hin bauen und dann... äh... nach unten lassen. In den Thronleuchter. Und alles was ähnliches bauen. Ein Thronleuchter auf jeden Fall, würde ich sagen. Das gehört irgendwie zur Burg dazu. Ja. Jo? Würde ich sagen. Ja. Ach so, stehe hier. Genau. Ich bin der Meinung, wir bauen einen Thronleuchter hier hinten hin. In die Küche. Das Loch ist los und markier mal. Darf ich jetzt nicht mitbauen? Nee, du hast nicht mitbauen. Nee. Ich wollte es eigentlich hinschreiben. Äh... Du kannst bloß dann im Nachhinein ein Video angucken. Aber das ist ja... wieder Werbung und das will ich nicht machen, Leute. Ey, gibts ne cool Gemülde, gibts nicht was passen, oder? Ne, das Gemülde passt nicht. Mein Bild ist weg. Ja, meins ist von uns auch weg gespawnt. Hallo, überhaupt kommt bloß das kleine Bild raus. Hey! Hi, es kommt drauf an, wo das hinplatz wird. Ja, ich platziere es mit in die Wand rein. Warte, ich bin mal. Schau, ich platziere es mit in die Wand rein. No, jetzt, 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 jetzt! Timo, Timo, es geht... Komm! Ach, hier, Timo. Ein Bröschter und... Ich hab eins. Ich hab eins, ich hab eins. Nein, ich mein, extra für... Ich hab eins, ich hab eins. Tim macht die ganzen Blöcke dann. Hm. Ach Gott, ich hab... Ich hab... Okay, es gibt keine schönen Bilder. Wir müssen einfach nur ein extra Text-Effekt für die Bilder machen. Ja. Ey, was machen wir jetzt als Stacker, wenn ich fragen darf? Hm. Hm. Vielleicht kann ich wieder hochkommen, wir müssen uns mal noch einen Aufweg... Warte mal, ich... Bah, auf welche Höhe muss ich denn da hoch, circa... Hm. Reicht das hier oben schon? Wenn ich jetzt hier... Wir müssen noch ein bisschen? Ne, natürlich nicht. Ein Bock, ha, süß, ja. Aber ich würde dann auf jeden Fall die Treppe dicker machen, oder? Ach. Ja, ich wollte mich noch hier hochbauen, bloß über die... Dings. Das wäre das... Oh, glaub ich, 3 Blöcke, oder so hoch. Äh, du bist zu weit. Äh... Toi, jetzt hab ich keinen passenden Block, kann ich jetzt nicht irgendwie austauschen dann. Warte, ich komm. Lass dir die Lücke. Ich fühl's gleich. Ah, jetzt... Gut so. Jetzt haben wir auch... Äh, jetzt sind passend, hab ich das abgemessen. So, bin ich gut, Alter. Hm. Wissen Gott. Minecraft Gott. Weiß ich auch schon. Die ganzen... Weiß nicht, wer... Nennen mich so. Aber einen Block würde ich höher gehen, oder? Hey, natürlich, ich würde jetzt hier so... Pfff. Kann man? Passt das auch mit den Schufen dort deswegen... Genau so. Ganz kurz gucken, ob ich neue Nachrichten hab. Uff. Du hast keine neue Nachrichten, weil keiner schreibt dir. Doch, von meiner Freundin. Boah, sie ist beliebt. Ja, ne? Sie hat Freunde. Leute, überlegt es euch, das bei... Die ganz selten. Nein, erzähl doch keine Lügen, Junge. Nein, Leute, alles gut. Die hat... Die hat gar keine. Nein! Oh, scheiße! Die hat vielleicht ein Block aufgebaut. Ach, okay, okay. Ich kann mal wieder zurück. Meine Freundin hat mir vor 100 Stunden... Nein, alles gut, Leute, weil ich... Die hat genug. Ich wollte schon sagen, war schon mehr als ich. Ich hatte die Frage, ob das... Ob das... Ob das... Welche echte Freunde sind, oder? Nein, ich hab vielleicht fünf echte Freunde und der Rest ist so... Bla bla. Bla bla, aha. Abne, was gibt's denn? Das haben wir erst gehabt, das haben wir erst in Ethik gehabt. Was gibt's denn für Arten von Freundschaft? Es gibt die Nutzfreundschaft, es gibt die... Wahre Freundschaft, und was gibt's denn da noch? Die Nutz, die... Es gibt die Nutzfreundschaft, es gibt die wahre Freundschaft, glaube ich. Was gab's denn noch? Oh Gott, kein Plan. Wahre Freundschaft. Ich kenn mich ja nicht damit aus. Ähm. Machen wir jetzt hier Stein? Oder machen wir Holz? Machen wir jetzt einen Kampf hier, Battle, Alter. Okay. Bogen, Alter, das hier ist mir schon ein Stück gehender Dreimarsch. Oh, Leute. Oh, wo ist eigentlich so... Oh, das ist schon... Ich hab' nicht noch einen Pfeil da. Oh, jetzt hab ich einen Pfeil bekommen. Ja, ich schieb' mich gerade rein. Ups, weiter getroffen. Dankeschön. Bitte. Dann zieh' dich nicht schnell mal. Okay, das reicht. Äh, was machen wir jetzt? Ich mach' irgendwie ne Mischung. Aus Stein und Holz. Mhm. Was ist denn deine Mischung? Keine Ahnung, Muster oder so. Warte mal. Äh, Holzbalken nochmal... Einmal komplett ruhig oder so vielleicht? Mhm. Ich hätte das so gelassen, weil wir haben da drüben jetzt auch keinen Pfosten. Weil ich weiß gar, wo der aufliegen soll dann. Ich stehe. Ja, drüben auch nicht, aber da liegt da drüben ein bisschen auf. Außer wir könnten... Äh, ja, liegt da schon mal auf. Das wär' mein Problem. Was ich jetzt denk mir nicht... Was ich mir jetzt überlegt hätte... Warte mal, ich teste mal. Warte mal. Warte mal, es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht so. Es fällt runter. Wenn du oben platzieren musst, dann musst du an der oben Kante platzieren. Ich kenn mich einfach nie aus, weil ich nie wo ich es platzieren soll oder nicht. Es ist Hetty dran. Warte mal, das Bogenbettel, Alter. Hab gewonnen. So willst du es, ne? Ja. Und dann hab ich gedacht, kann man vielleicht hier... Äh, ein Steinmuster reinmachen. Dann hat man hier so eine Kante drinnen, was so abgrenzt und dann... Äh, ein schönes Muster rein. Mit Stein oder sowas. Oder mit Quart oder mit... Mit einer Tür. Ich weiß nicht. Hehehehe. Nein, du bist wohl wohl ein Gefahr in der Kleine. Ja, ich muss... Muss bisschen Stuff unten bauen. Schönen Eingang hier, Leute. Ich hab's wohl noch geblumpst. Ich ging da oben einfach rumbalanciert. Ich möchte auch von der anderen Seite auch noch einen Aufgang mal nach oben machen dann später. Und den Eingang hier oben ordentlich. Ja. Das ist ja bis jetzt bloß mal eine schnelle... schnelle Lösung. Hm. Aber ich würde ein Torn lassen. Ich würde reißen. Ja. Ja, natürlich hier ein Torn. Ich meine auch bloß ein Aufgang noch einen zweiten. Um einen Stein oder welchen Stein? Nein. Einfach mit irgendwas... Ach, toll. Jetzt kommst du noch vorne gar nicht ran. Einen letzten... Letzten Dings. Äh... Wie baue ich mich da jetzt hin? Ach, ich lass mal einfach... Ja, jetzt lass... Ich lass mich einfach... Der letzte Block funktioniert nicht. Oh, Sengeln. Dann passt das schon. Mach ich da schon schon los. Oh, ich hab noch zweieinhalb Herzen. Upsi. Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Ich bin halt runtergefallen. Hat nichts gegessen. Ja, ich hab nichts gegessen und runtergefallen. Aber auch keine Ahnung. So, der Corona... Äh... Äh... Lockdown wurde erweitert. Echt? Ja, der wurde jetzt... Bis... äh... 14. Februar. Das weiß ich doch. Ja, jetzt müssen wir bloß mal ein Muster hier reinbauen. Ich werd geboxt. Hilfe, Leute. Hilft ihr. Help. Me. Please. Wow. Wow. Oh, dieser... dieser... Ich bin vor allem dieses Jurgenjahre. Ich bin vor allem diese Jurgenjahre. Ich bin vor allem diese Jurgenjahre. Ich bin so eine kleine, mickrische Tür und dann so ein riesen Raum. Was für ein mickris... Was für ein mickris... Was für ein mickris Ding. Toll, ich hab' ich genug Blöcke, um Schuhe zu bauen. Und die lacht einfach. Die ist trash, Alter. Ich fang' ich halt zu heulen. Das darf weiß nicht. Tadaa, jetzt ist es. Warte. Jetzt müssen wir bloß an Mustern. Tadaa. Wir haben hier auf das Muster. Da ist der Musterkönig. Super. Ja, ich muss jetzt hier ein Muster. Echt doll, Alter. Das muss ein Muster eigentlich. Was ist das? Ich habe ein Bild. Ich weiß gar nicht, ob ich mal das Bild bei Sachen kommt. Das Bild rein. Sachen machen Sachen. Wo, Sachen machen Sachen. Ich hab' das Bild gar nicht mehr. Ich mach' einfach hier das rein, dann mach ich das noch da rein. Das muss ich da rein noch. Das muss ich da rein. Das und das und das und das. Und die? Dies und das. Ich nehme ganze Meilensteine mit, Brotstein habe ich drin, das nehme ich noch mit, das, das, dann nehme ich andere noch mit, ich tue mir alles ausdenken, was es gibt. Buddy, du hast deinen Kanal. Ah, du hast einen Kanal. Ah, du hast einen Kanal. Guten Tag. Ausgeschlafen. Ja, aus. Nein, nein, jetzt schlaube ich meine Oma. Vielleicht warst du besser, oder ihr habt gesagt Kräuter? Äh, die ganze Zeit. Ah, okay. Nimmst du gerade auf? Ja. Ah, das stimmt. Ne, ich immer, immer, ich jetzt drin, das ist eine Dokumentation, die erleben über uns, die tun so viel erfahren über unser Leben jetzt. Ne. Das, das wir, das wir, das wir, das wir... Habt ihr viel gemacht? Äh, wenn du... Ich muss mal online kommen. Ja, dann... Wir haben doch schon auf den Weg, ey, es macht gerade ab. Ah, hier kommt ein Bilder, da Bilder, die haben von uns gehört, ich hab gestern noch mit Ascalda geredet. Ne. Da sind die Bilder und Achter, Luca. Ich auch, weil ich die Hälfte von ich kenne. Hab ich schon mit Krim, Alter. Nein! Ach, ist das denn? Falsch. Mach den du. Du. Ich komme jetzt unter, unter die Decke. Dann gib mal ne Schuhe. Gib mal ein paar Schuhe, dann kann ich auch auf der Ankunftseite mithilfen. Ja, äh, toll, ich hab sieben Stück. Bloß. Da muss ich ja kurz welche machen, wenn du's... wenn du Lust hast. Okay, das passt mal. Oh, nochmal mein... Da hab ich denn die Mähde. Oh, die haben hier so viel aus, ne? Feine, Feine. Ne, ist das schon wieder falsch, ey. Da muss man die Holz... Rakete hier ablauen. Ich komm... Die Holzrakete. Ich zapp... Waffentilberrakete. Ich komm jetzt hin, ich komm da an die einen Blocken hier ran. Kurze Ärmchen. Ja. Ja. Vielleicht wird das... Hier ist alles gut. Jetzt hab ich nicht mal genug Stufen. Ah, sind gar nicht hier mitgebracht. Und so eine Lösung. Und so... So, dann gucken wir uns das mal an. So, und wie hast du das gemacht? Ja, du musst meinen gehen. Bei mir sieht das so komisch aus, ey. Wow. Kann man mir ja nicht durch die Tür gehen, weil die man nie hat dazu ist. Alter. Ich liebe es. Oha. Der kommt eigentlich aus so'n Oha. Joa. Nice, nice. Was kommt hier hinten hin? Schon im Plan? Ja, ja, halt Küche und irgendwie sowas. Und so, ja. Ich muss ja erstmal noch überlegen, wie ich das jetzt hier baue. So, ich soll euch sagen, war es hier schon an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Guckt bei anderen vorbei, unten alles in der Beschreibung verlinkt. Und dann tschüss bis zum Fenster. Ciao.